Hallo und herzlich willkommen zur Webtechnologie-Vorlesung in dieser Woche. Ich hoffe, Sie sind alle dabei und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich direkt in den thematischen Einstieg an. Ich sage Ihnen ganz kurz, was wir heute vorhaben. Dann habe ich wieder eine kleinere oder größere Vorlesungseinheit vorbereitet, an der wir die Folien durchgehen. Im Anschluss würde ich dann gerne auch wieder ein bisschen praktisch mit Ihnen arbeiten. Bevor wir anfangen, ganz kurz nochmal der Hinweis, wie immer, Sie können im Twitch-Chat Feedback und Kommentare hinterlassen oder das gleiche auch im Rocket-Chat der Uni machen. Und vielleicht können Sie ja jetzt zu Beginn ganz kurz Hallo sagen dort, damit ich weiß, dass ich nicht ganz alleine bin, sondern dass auch ein paar Leute zuhören. Wenn Sie im Rocket-Chat Feedback hinterlassen wollen oder Fragen stellen wollen, dann machen Sie das bitte in diesem Unter-Thread, den ich erstellt habe. Der heißt irgendwie Livestream am 8. Juli oder so und schreiben Sie da dann alles rein, was ich sehen soll. Ich schaue mal ganz kurz, dass das funktioniert. Genau, da kommen jetzt die ersten Leute an und ich würde vorschlagen, oh, lauter. So besser von der Lautstärke. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich habe heute mit Ihnen vor, mich ein bisschen über ein neues Thema zu unterhalten, das die ganzen Bausteine, die wir in den letzten Wochen uns angeschaut haben, so ein bisschen verbindet. Wir haben uns mit grundlegenden Technologien, HTML und CSS und JavaScript beschäftigt, mit denen wir im Browser Webseiten oder kleine interaktive Anwendungen zusammenbauen können. Wir haben uns zuletzt mit Datenbanken beschäftigt, die für uns eine Möglichkeit sind, Informationen persistent, auch sitzungsübergreifend abzuspeichern und auch gezielt wieder zugänglich zu machen über entsprechende Abfragesprachen wie SQL. Und was wir jetzt heute machen werden, ist, damit beginnen diese ganzen Sachen in Form einer vollständigen Anwendung zusammenzubringen. Wir werden jetzt diesen Schritt machen von so einer Webseite zu einer richtigen Web-Anwendung, die ein klares Ziel hat, eine klare Intention hat und die vor allem aus der Kombination von eben einer Datenbank als serverseitiger Technologie und einer Browser-Anwendung, einer Webseite als kleinseitiger Technologie dann tatsächlich diese beiden Sachen verbindet. Also wir bringen jetzt alles irgendwie zusammen, um ganz konkrete Web-Anwendungen zu entwickeln. Dazu habe ich wieder, wie schon angekündigt, eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich jetzt mit Ihnen durchgehe. Wie gesagt, ein bisschen Theorie, ein bisschen Versuch, das Ganze zu motivieren, was wir jetzt heute vorhaben. Und wir werden dann am Ende auch noch mal ein bisschen praktisch in die Technologie einsteigen, die wir jetzt heute kennenlernen werden, als Möglichkeit auch auf der Server-Seite diese entsprechende Software für unsere Web-Anwendung zu implementieren. Ich kann schon einmal jetzt sagen, falls wir irgendwie nicht alle Beispiele uns anschauen werden, ich habe alle Code-Beispiele im GRIPS-Kurs schon hochgeladen. Die ersten drei sind auch, glaube ich, halbwegs gut kommentiert. Ich habe am Ende ein relativ großes Beispiel vorbereitet. Also das ist schon so eine erste richtige Web-Anwendung. Ich kann auch, während ich vielleicht mit Ihnen spreche, dafür sorgen, dass Sie mich sehen. Und diese große Anwendung, die habe ich noch nicht vollständig kommentiert. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen was. Da wird dann im Laufe des Tages oder morgen noch mal was nachgeliefert. Also wundern Sie sich nicht, dass dieses letzte große Beispiel, das ist eine kleine Art Kursforum, wo Sie Kommentare zu verschiedenen Kursen der Medieninformatik hinterlassen können, die dann an einer Datenbank gespeichert werden. Das ist noch nicht vollständig kommentiert. Sie finden auch den Foliensatz im GRIPS-Kurs. Also falls ich irgendwie wichtige Sachen mit meinem Gesicht oder so überdecke, finden Sie da dann auch noch mal die Folien im Original. Jetzt fangen wir aber mal an und starten direkt rein. Ich habe schon gesagt, was wir machen wollen. Wir wollen diesen Begriff Web-Anwendung, Web-Server vielleicht ein bisschen definieren und motivieren. Und am Ende schauen wir uns dann eine konkrete Technologie, nämlich Node.js an, mit der wir dann auch diese neue Komponente von unserer Web-Anwendung, nämlich die serverseitige Kontrolle über Datenbanken oder Generierung von Informationen, implementieren können. Das Ganze probieren Sie in der Übung dann auch praktisch aus. Was wir zuerst machen müssen, ist ein bisschen über Begriffe reden und ein bisschen einordnen, was wir bis jetzt gemacht haben und was vielleicht dieses Konzept von so einer Web-Anwendung von dem unterscheidet, was wir bis jetzt gemacht haben. So auf dem atomaren Level, auf dem untersten Level, das wir uns bis jetzt angeschaut haben, waren wir bei einer Webseite. Wir haben ein einzelnes HTML-Dokument erstellt, das vielleicht mit CSS gestaltet wurde und vielleicht noch mit JavaScript interaktiv dann verwendet werden kann. Wenn wir mehrere von diesen Webseiten erstellt haben oder erstellen, dann können wir die auch untereinander verlinken. Das ist ja so ein grundsätzliches Prinzip von HTML, dieser große Hyperspace-Raum, in dem die Dokumente in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Und wenn wir das vielleicht für eine bestimmte Informationseinheit haben, dann haben wir so etwas wie eine Webseite, also im übertragenen Sinne irgendwie so eine Kollektion von Webseiten, die über eine bestimmte URL erreichbar ist und die vielleicht irgendwie einen zusammenhängenden Informationsraum darstellen, irgendwie die Webseite der Universität Regensburg. Das Ganze wird genutzt durch Clients und das ist völlig unabhängig davon, ob das jetzt eine einzelne Webseite oder eine Webseite ist. Über unseren Browser greifen wir auf diese Information zu. Irgendwie die Startseite von so einer großen Webseite wird aufgerufen und von da hangeln wir uns dann über Links zu den anderen Bereichen. Das ist das, was man so klassischerweise irgendwie als Website bezeichnet oder im Deutschen ist dieser Begriff Webseite, glaube ich, sowohl für diesen zusammenhängenden Bereich von mehreren Seiten als auch für das einzelne HTML-Dokument vielleicht anwendbar. Aber wir sind immer noch eben auf so einer Kollektion einfach von HTML-Dokumenten. Die gibt es entweder statisch oder dynamisch. Und statische Webseiten sind das, was so den Kern des WWWs ausmacht, also einzelne HTML-Dokumente, in denen bestimmte Informationen stehen, die untereinander verlinkt sind und die als Ganzes an den Client übertragen werden. Da werden die dann im Browser gerendert und wir können diese Informationen als Nutzer oder Nutzerin wahrnehmen. Auf der anderen Seite gibt es so etwas wie dynamische Websites. Das ist ja das, was wir so im Laufe des Semesters immer weiter uns irgendwie angeeignet haben. Wir haben nicht mehr nur diese statische Information, sondern im Client selber kann auch was passieren. Wir können durch JavaScript vielleicht gezielt Informationen ein- und ausblenden. Wir können während dieser Anwendung im Browser angezeigt wird, dann eben tatsächlich dynamische, interaktive Elemente reinbringen und den Nutzer oder die Nutzerin mit dieser Anwendung tatsächlich interagieren lassen. Und das Ergebnis ist dann einfach, dass das Dokument, was vom Browser oder vom Surfer bereitgestellt wird in statischer Form, vielleicht nicht unbedingt dem entspricht, was tatsächlich im Browser angezeigt wird. Vielleicht, wie gesagt, fügen wir da irgendwelche Informationen per JavaScript hinzu, blenden bestimmte Bereiche aus oder machen noch irgendwie ganz andere Dinge als Reaktionen auf die Interaktion der Nutzer und Nutzerinnen mit dieser Seite. Wir können jetzt noch einen Schritt weiter gehen und uns im Rahmen oder im Kontext von diesen dynamischen Webseiten nochmal überlegen, ob es da vielleicht auch nochmal Kategorien oder unterschiedliche Grade der Interaktivität gibt. Und das ist das, was ich irgendwie jetzt im Weiteren so als Web-Anwendung bezeichnen würde. Also nochmal so eine Abgrenzung von einer klassischen dynamischen Webseite zu irgendwie einem Art von System, einem Tool, einer Anwendung, die auf die gleiche Art und Weise bereitgestellt wird, nämlich über HTML, CSS und JavaScript im Browser, die aber vielleicht irgendwie einen größeren Funktionsumfang hat, die auf eine andere Art und Weise verwendet wird. Und man kann sich das ganz gut vorstellen oder vielleicht irgendwie motivieren, wenn man sich auf der einen Seite so eine klassische Webseite anschaut, wie zum Beispiel die Homepage der Universität Regensburg. Und da ist das zentrale Ziel wahrscheinlich die Vermittlung von Informationen, die statische Vermittlung von Informationen. Sie hangeln sich durch die unterschiedlichen Seiten durch, finden irgendwie den Lehrstuhl für Medieninformatik, sehen da eine Liste vielleicht von irgendwie Dozierenden und da taucht dann ich irgendwie auf und meine E-Mail-Adresse und sie können Kontakt mit mir aufnehmen. Die Interaktionsmöglichkeiten, die sind da in der Regel begrenzt. Sie können Informationen auswählen, vielleicht irgendwie bestimmte Spezifizierungen durchführen, aber das Ganze ist tatsächlich eben so ein klassischer Hypertext, in dem sie sich in einem bestimmten Informationsraum bewegen. Eine Web-Anwendung zeichnet sich dadurch aus, dass auch wenn die zugrunde liegende Technologie die gleiche ist, also sie auch über einen Browser auf dieses Produkt zugreifen, sie einen wesentlich höheren Interaktionsspielraum der Nutzer und Nutzerin haben, dass sie vielleicht Informationen nicht nur konsumieren, sondern auch durch die Nutzung produzieren und wir insgesamt einen wesentlich komplexeren Funktionsumfang haben. Ein Beispiel wäre sowas wie Google Mail oder jeder andere beliebige webbasierte E-Mail-Client, sowas wie Google Maps. Sie können sich vorstellen, in welche Richtung das geht. Das ist jetzt gar nicht so trennscharf, wie das jetzt hier vielleicht ausschaut. Das wird vielleicht auch irgendwie ein fließender Übergang sein. Sie sollen sich nur bewusst machen, dass es neben irgendwie so einer statischen oder dynamischen Webseite auch noch eine andere Möglichkeit gibt, diese Plattform-Browser tatsächlich zu nutzen, nämlich für das, was man klassischerweise vielleicht auch in einem anderen Kontext als Desktop-Anwendung oder Smartphone-Anwendung präsentieren würde. Also der Browser ist eine Plattform, in der auch klassische Applikationen tatsächlich existieren können. Und im Chat von Twitch natürlich gleich der Hinweis, Twitch ist natürlich auch ein super Beispiel für so eine Web-Anwendung. Also wenn Sie mir jetzt hier zuhören oder zuschauen, dann nutzen Sie gerade ein Produkt, was über den Browser ausgeliefert wird und was sicherlich sehr viel interaktiver ist als jetzt irgendwie die Webseite der Uni Regensburg. Was kann man mit solchen Web-Anwendungen machen? Also für was kann man so die Browser-Plattform dann tatsächlich in diesem Kontext nutzen? Es gibt viele Beispiele für vielleicht so Sachen aus dem Personal Information Management, vielleicht Kalender-Applikationen, E-Mail-Applikationen, Task-Management, dann als konkrete Beispiele habe ich schon Google Mail genannt, Groupwise, wenn Sie an der Uni Regensburg mit Novellprodukten arbeiten müssen, Trello vielleicht so als Kanban-Board. Wir haben kollaborative Informationssysteme, die über Web-Anwendungen verwendet werden, Wikipedia zum Beispiel, die jetzt vielleicht für viele Leute eher so eine statische oder dynamische Webseite ist, über die Informationen wahrgenommen werden, die aber eben auch entsprechende interaktive Möglichkeiten bietet, um Seiteninhalte zu ändern, um Texte zu schreiben, um miteinander sich auszutauschen, Stack-Overflow, ähnlich, wenn Sie irgendwie nach Problemen im Bereich der Programmierung suchen. Diese ganzen Social-Media-Anwendungen wie Twitter oder Facebook, die eben auch mit sehr umfangreichen und interaktiven Anwendungen, die über den Browser ausgeliefert werden, funktionieren. Und bei dem Beispiel Twitter haben wir uns das ja sogar schon mal angeschaut, dass es da einen sehr großen Unterschied gibt zwischen dieser statischen Webseite, die ohne JavaScript auskommt, und der eher einer Anwendung ähnelnden, interaktiven Variante, in der dann gleich sehr, sehr viel mehr möglich ist. Also wir können den Browser mittlerweile so als Anwendungsplattform nutzen in einem gewissen Rahmen und das, was dann dabei rauskommt, nennt man eben, oder nenne ich jetzt in diesem Fall Web-Anwendung. Das Ganze hat eine relativ lange Geschichte, also dieses Konzept, den Browser eben nicht nur für die statische Informationsvermittlung zu nutzen, sondern tatsächlich auch diese eher anwendungsorientierten Produkte dort zu platzieren und natürlich hängt das irgendwie mit JavaScript zusammen. Also seit es irgendwie die Möglichkeit gibt, JavaScript zu nutzen, im Browser haben wir auch die Möglichkeit, so interaktive Teile oder interaktive Anwendungen dort irgendwie zu platzieren und zu implementieren. Das ist relativ logisch, solange wir nicht die Möglichkeit haben, irgendwie kleinseitig mit einer Programmiersprache im Browser zu arbeiten, können wir auch keine Anwendung implementieren. Das Nächste ist, dass man sich dann irgendwie überlegt hat, wie man diese Tatsache, dass man JavaScript hat, verwenden kann, um auch vielleicht dynamische Seiteninhalte zu ändern. Das ist dann das ganze Konzept von eben dynamischen Webseiten, die ohne so einen Reload der kompletten Webseite neue Informationen präsentieren können. und das AJAX-Prinzip ist so das Konzept dahinter. Wir greifen über JavaScript, der in unserem Browser-Kontext ausgeführt wird, auf externe Inhalte zu, laden die in unsere Web-Anwendung, in unsere Webseite und manipulieren dann programmatisch das User-Interface, um neue Inhalte anzuzeigen. Dieses Prinzip ist sicherlich älter als 2005, also auch vorher hat man mit JavaScript solche Dinge getan. Das ist einfach der Zeitpunkt, wo dieser Begriff AJAX für dieses Konzept mit JavaScript interaktive Anwendungen zu gestalten oder interaktive Webseiten erstmal zu gestalten, tatsächlich aufgekommen ist. Der nächste größere Schritt war dann 2011 die Veröffentlichung von einem neuen HTML-Standard. Man spricht dann immer von HTML5, das ist ein Begriff, der tausende Bedeutungen hat. Und ich glaube, das Wichtigste, was man sich unter diesem Begriff vorstellen kann, was auch in dieser Zeit passiert ist, ist, dass erstmal neue Varianten oder neue Versionen von den Sprachen HTML, CSS und zum Teil auch JavaScript in diesem Zeitraum entstanden sind, HTML5, dann ebenso als die fünfte Version in Anführungsstrichen von HTML. Es gab viel mehr, aber es sind neue Sprachstandards herausgekommen, die neue Elemente präsentiert haben, mit denen man andere Dinge im Browser durchführen kann, zum Beispiel Medienunterstützung und so weiter. Gleichzeitig haben sich in diesem Zeitraum aber auch ganz, ganz viele neue APIs etabliert, die von den Browser-Herstellern dann umgesetzt und bereitgestellt werden. Also es ist nicht nur diese neue Version der HTML-Sprache, sondern es ist auch dieser ganze Kontext da drumherum. CSS3 so als weiteres Buzzword, eine mächtigere Version der CSS-Sprache, diese ganzen Browser-APIs, die dann die entsprechenden HTML-Standards unterstützen. Also, wenn Sie von HTML5 irgendwie sprechen oder Leute sprechen hören, dann ist meistens nicht nur einfach eine neue Version der HTML-Sprache gemeint, sondern es sind eben auch diese anderen Technologien gemeint, die in dem Kontext relevant geworden sind, entstanden sind, aktualisiert worden sind und die insgesamt uns es dann ermöglichen, den Browser für ganz, ganz neue Anwendungsfelder zu erschließen und zu nutzen. Also, HTML5 war noch so mal der letzte Schritt, mit dem wir dann fast vollumfänglich dieses Konzept Browser benutzen können, um Anwendungen zu implementieren und bereitzustellen, die man vorher vielleicht außerhalb eines Browsers hätte umsetzen müssen. Was sind das für Sachen? Wir können zum Beispiel relativ leicht Audio- oder Videodateien abspielen. Das klingt jetzt vielleicht völlig banal, das wird jetzt vielleicht auch die wenigsten betreffen, aber wenn Sie irgendwie vor HTML5 schon mal versucht haben, irgendwie ein Video abzuspielen im Browser, dann ist das gar nicht so einfach gewesen. Da brauchte man dann irgendwelche externen JavaScript-Bibliotheken im besten Fall, aber wahrscheinlich eher sogar sowas wie Flash und falls sich daran jemand noch erinnert oder andere Technologien, die jetzt schon überhaupt nicht mehr irgendwie bekannt sind und durch diese neuen APIs, die in dem Kontext von HTML5 entstanden sind, hatten wir jetzt plötzlich die Möglichkeit, sowas nativ umzusetzen. Wir haben so einen Video-Tag, da packen Sie eine kompatible Datei rein und dann kümmert sich der Browser darum, dass das abgespielt wird und Sie können mit JavaScript dann auch noch dieses Element steuern und die Nutzer und Nutzerinnen darauf einwirken lassen. Wir haben Möglichkeiten, über das Canvas-Element direkt im Browser zu zeichnen, 2D- und 3D-Animationen durchzuführen und damit zum Beispiel sowas wie einfache oder auch komplexe Spiele zu realisieren. Wir haben die Möglichkeit, im Browser sitzungsübergreifend Informationen zu speichern und sind da nicht mehr auf Cookies oder sowas beschränkt, sondern haben mittlerweile mit Index.db sogar tatsächliche Datenbanken, die im Browser funktionieren und können uns damit immer mehr Anwendungsfelder erschließen, die man eben vorher, weil diese Sachen gefehlt haben, eher durch Desktop-Anwendungen realisieren musste. Das Ganze wird auch fortlaufend weiterentwickelt, also HTML selber, aber auch die ganzen APIs, die in diesem Kontext entstehen und die von den Browser-Herstellern umgesetzt werden, sind sogenannte Living Standards, das sind also keine abgeschlossenen Dokumente, sondern die werden fortlaufend weiterentwickelt und es kommen immer mehr Funktionen in den Browser hinzu, die wir nutzen können. Im Moment flacht das wieder vielleicht ein bisschen ab, weil es andere Ansätze gibt, wie man den Browser als Plattform nutzen kann, aber wir haben irgendwie so eine fortlaufende Entwicklung von neuen Funktionen, die im Browser zugänglich gemacht werden und so als Gesamtbild kann man zusammenfassen, wir können eigentlich schon fast alles, was wir für eine Software brauchen, gerade für die kleinseitige Implementierung, auch im Browser umsetzen. Also nur als paar letzte Beispiele, was man mittlerweile im Browser machen kann, natürlich so etwas wie Ortsbestimmung, Sie können, wenn Sie eine Webanwendung schreiben, die vielleicht auf einem mobilen Gerät ausgeführt wird, in einem gewissen Grad auf die Sensoren von einer mobilen Plattform zugreifen, sei es jetzt GPS oder vielleicht sogar die Lage- oder Beschleunigungssensoren, das sind dann nicht geräteabhängige Funktionen, sondern das sind wohldefinierte Schnittstellen, die die Browserhersteller zu diesen Geräten bereitstellen, wir können Kommunikation zwischen einzelnen Clients bewerkstelligen in Echtzeit, Websockets zum Beispiel, als so eine Möglichkeit, HTTP-Kommunikation auch dauerhaft aufrecht zu erhalten, wir haben Peer-to-Peer-Technologien in die Browser eingebaut, WebRTC für zum Beispiel das Streaming von Video- oder Audio-Inhalten von einem Client zum anderen, also wir haben sehr, sehr viele Dinge, die wir im Browser verwenden können und aus den Gründen ist es eigentlich naheliegend, dass man sich jetzt überlegt, wenn man irgendwie eine Software implementieren möchte, ob es nicht gute Gründe gibt, das Ganze direkt im Browser zu machen. Also es sollte kein Automatismus sein, dass man immer, wenn man jetzt irgendwie eine Software implementieren muss, gleich sagt, es wird wohl als Browser-Anwendung am besten realisiert sein, aber es gibt viele Anwendungsfälle, wo es eben tatsächlich gute Gründe dafür gibt, das Ganze im Browser durchzuführen. Zum Beispiel, dass sie relativ schnell große Zielgruppen erreichen. So ein Browser ist in einem gewissen Sinne plattformunabhängig. Wenn irgendetwas in einem Browser funktioniert, dann funktioniert das normalerweise ganz großen Anführungsstrichen sowohl in einem Browser, der vielleicht irgendwie unter Linux ausgeführt wird, unter Windows oder irgendwie unter macOS ausgeführt wird. Also wir können relativ schnell durch eine Web-Anwendung eine große Zielgruppe erreichen und müssen da nicht irgendwie unterschiedliche Formfaktoren oder unterschiedliche Gerätearten oder Betriebssysteme berücksichtigen. Für sie ist es vielleicht irgendwie ein naheliegender Grund, nach diesem Semester Web-Anwendungen zu bevorzugen, weil sie mit bekannten Technologien arbeiten können. Also sie kennen sich vielleicht schon mit HTML, CSS und JavaScript aus und daraus können sie sich dann auch natürlich irgendwie ihre Web-Anwendung zusammenbauen. Wir haben im Gegensatz zu so klassischer Desktop-Software die Möglichkeit, relativ schnell sowohl Server als auch Clients zu aktualisieren. Also wenn sie irgendwie einen Fehler bemerken in ihrem JavaScript-Code, dann beheben sie den und wenn die Nutzer und Nutzerin das nächste Mal die Anwendung vom Server abrufen und ausführen, dann wird diese veränderte oder optimierte Fassung verwendet. Funktioniert natürlich in der Praxis vielleicht nicht ganz so einfach, aber es ist eine wesentlich einfachere Möglichkeit, Dinge zu aktualisieren, als das jetzt vielleicht irgendwie bei klassischer Desktop-Software, wo sie irgendwie einen Update-Installer herunterladen müssen, wo sie vielleicht irgendwie für kurze Zeit die Anwendung blockieren, wenn dann sie irgendwelche Dateien oder sowas austauschen oder noch andere Sachen machen müssen. Wir haben auch relativ viele APIs, die man so braucht, um Software zu entwickeln, direkt im Browser eingebaut, also nicht in JavaScript eingebaut, aber im Browser bereitgestellt über den JavaScript-Kontext. Wenn sie mit bestimmten Programmiersprachen arbeiten außerhalb des Browsers, dann müssen sie vielleicht viele Dinge ergänzen durch irgendwie Systembibliotheken oder Klassenbibliotheken im besten Fall oder externe Libraries im schlechtesten Fall und in diesem Kontext-Browser sind ihnen viele Dinge schon, oder werden ihnen viele Dinge schon direkt irgendwie vor die Füße gelegt. Ich habe sowas wie das Abspielen von Videos schon erwähnt, das ist einfach eine inhärente Funktion mittlerweile von HTML und JavaScript. Die HTTP-Kommunikation ist über sei es jetzt irgendwie den XML-HTTP-Request oder die Fetch-Methode, die wir kennengelernt haben, schon eingebaut. Die müssen sie nicht implementieren, die müssen sie nicht über zusätzliche Methoden reinholen, sondern die können sie direkt verwenden. Es gibt natürlich auch so ein paar Nachteile, die man berücksichtigen sollte. Nutzer und Nutzerinnen sind vielleicht an eine bestimmte Art und Weise gewöhnt, wie Anwendungen verwendet werden. Sie sind vielleicht auch daran gewöhnt, dass sie eine gewisse Performance haben, dass auf gewisse Dinge nicht gewartet werden muss und eine Web-Anwendung kann im schlimmsten Fall diese Erwartungen dann möglicherweise nicht erfüllen. Also Web-Anwendung schaut anders aus als irgendwie eine Desktop-Software, weil vielleicht nicht die Betriebssystem-Bibliotheken zum Rändern von Fenstern oder sowas verwendet werden können und das kann sich natürlich negativ auswirken. Sie haben vielleicht auch manchmal einfach Anwendungsfälle, die sich nicht im Browser realisieren lassen. Wenn Sie jetzt irgendwie komplexe 3D-Spiele entwickeln möchten, dann kriegen Sie das mittlerweile auch schon über den Browser hin, aber irgendwann wird dann doch irgendwie die direkt vom Betriebssystem ausgeführte Variante performanter sein. Sie können vielleicht direkter auf bestimmte Hardware zugreifen, Sie können überhaupt auf Hardware zugreifen, Sie können auf das lokale Dateisystem zugreifen, alles Dinge, die dann vielleicht im Browser nicht funktionieren. Also es gibt auch gute Gründe, das nicht zu machen. Das, was wir in diesem Kurs machen, lässt sich aber, glaube ich, ganz gut immer auch mit eben so einer klassischen Web-Anwendung umsetzen. Wenn wir jetzt beschlossen haben, so eine Web-Anwendung zu entwickeln, weil wir eben bestimmte Funktionalität, bestimmte Dinge über den Browser an unsere Nutzer und Nutzerin weitergeben möchten oder zugänglich machen möchten, dann müssen wir uns überlegen, wie diese Web-Anwendung aufgebaut ist und wir werden relativ schnell zu dem Schluss kommen, dass so eine JavaScript-Anwendung, die irgendwie im Browser gestartet wird, alleine nicht ausreicht. So eine Web-Anwendung zeichnet sich meistens dadurch aus, dass es ein Server-Client-System ist, also ein System, was aus mindestens zwei Komponenten besteht, nämlich einmal der Anwendung, die Sie im Browser als Nutzer und Nutzerin wahrnehmen und verwenden und einer extern auf einem Server oder zentral auf einem Server, laufenden Komponenten die Daten bereitstellt, die den Client selber bereitstellt und noch andere Aufgaben übernimmt. Und in dem Kontext müssen wir uns jetzt mal ganz kurz damit beschäftigen, was eigentlich so ein Web-Server ist. Die Definition ist eigentlich erstmal super einfach. Als Web-Server bezeichnet man entweder die Software oder die Hardware, die irgendwo im www bereitgestellt wird, um bestimmte Informationen an einen Client auszuliefern. Also die Aufgabe von einem Server, sei es jetzt dem mechanischen Gerät, das irgendwo über das Internet mit dem www verbunden ist und ihnen die Möglichkeit gibt, dort Anfragen zu stellen oder die Software, die diese Anfragen verarbeitet und dann Ergebnisse zurückliefern, die dienen dem Zweck, dass ein Client sich dort Informationen holen kann. Informationen können beliebige Inhalte sein, das kann irgendwie ein HTML-Dokument sein, was vom Server an den Client ausgeliefert wird und dort dann gerendert wird, es können CSS-Dokumente sein, die zum Rendern zusätzliche Informationen liefern, es können Bilder sein, es können auch irgendwelche JSON-formatierten Informationen sein, also es kann alles Mögliche sein, was der Client in einer bestimmten Situation anfordert und braucht. Nochmal für diese Unterscheidung, wenn wir diesen Begriff Server verwenden, dann können wir sowas meinen, also so klassische Hardware, die irgendwo zum Beispiel im Rechenzentrum an der Uni Regensburg in einem großen Maschinensaal steht und wir können die Software meinen, also die Anwendung, der Quellcode, der auf dieser Hardware ausgeführt wird. Wenn wir jetzt in Zukunft über Web-Server reden, meinen wir eigentlich immer die Software, also wir werden uns in diesem Kurs nicht mit konkreter Hardware beschäftigen, das müssen Sie nur jetzt einmal wissen, dass man beides irgendwie mit diesem Begriff meinen kann, wir beziehen uns aber in der Regel auf die rechte Seite, auf die Software, also wir reden über die Programme, die auf diesem Computer laufen, die dauerhaft dort laufen und die die Anfragen der Clients verarbeiten und mit entsprechenden Informationen beantworten. Die Hardware, die dafür benötigt wird, spielt jetzt bei uns keine Rolle. Was hat so einen Web-Server für Aufgaben? Wir als Nutzer, wir als Nutzerin interagieren über einen Client mit dem Web-Server. Das ist in der Regel der Browser und wir verwenden den zum Beispiel, um irgendwie eine HTML-Seite anzufordern, indem wir die entsprechende URL des Servers und die entsprechende Datei als Ressource in die Adresszeile vom Browser eingeben und dann Ergebnis zurückbekommen. Die wichtigste Aufgabe von so einem Web-Server ist es eben dann, diese Anfragen zu verarbeiten und uns die Informationen zurückzuliefern, die wir in dieser Situation möchten. Wenn ich eine Anfrage an den Web-Server der Uni Regensburg stelle und sage, ich hätte gerne die Startseite, dann würde ich gerne das HTML-Dokument, das diese Startseite ausmacht, zurückbekommen, damit mein Browser das darstellen und entsprechend mir dann die Interaktion mit dieser Webseite ermöglicht. Das heißt, der Server schaut sich irgendwie an, was der Client so für eine Anfrage schickt, versucht das zu interpretieren, versucht heraus zu finden, welche Ressource oder welches konkrete Dokument vielleicht durch diese Anfrage gemeint ist und schickt dann diese Informationen zurück. Das kann entweder statisch funktionieren, also so, dass Sie ein bestimmtes HTML-Dokument anfordern und dieses HTML-Dokument auch genau so, wie es bei Ihnen ankommt, irgendwo auf der Festplatte des Servers liegt. Das nennt man dann Static Serving, also eine Ressource wird mehr oder weniger eins zu eins zurück an den Client geschickt. Oder es kann auch so sein, dass diese Informationen, die Sie haben wollen, erst durch die Server-Software generiert wird. Also wenn ich die Webseite der Uni Regensburg aufrufe, dann kriege ich vielleicht die HTML-Seite zurück. Wenn ich im LSF auf irgendwie den Unterpunkt Digital Humanities klicke, dann wird vielleicht am Server erst mal nachgeschaut, was es so für Kurse gibt, die in Digital Humanities angeboten werden und mein Client, mein Browser kriegt dann diese Liste als HTML-Dokument zurück. Aber diese Liste existiert nicht so auf dem Server als fertiges Dokument, sondern die wird bei jeder Anfrage aus einer Datenbank ausgelesen, dynamisch generiert und dann zurück an den Client geschickt. Ob das jetzt im LSF so der Fall ist oder nicht, weiß ich nicht, aber das wäre ein Beispiel für so eine dynamische Aufgabe des Servers, wo Informationen nicht einfach nur ausgelesen und weitergegeben, sondern durch die Server-Software, zum Beispiel durch den Lookup in einer Datenbank, tatsächlich erst mal generiert werden. Diese dynamischen Operationen können zum Beispiel eben das Zusammensetzen einer HTML-Datei sein, das Auslöschen von Informationen aus einer Datenbank, das habe ich schon gesagt. Es können aber auch ganz andere Sachen sein, also vielleicht werden irgendwelche Routinen, irgendwelche Skripts ausgeführt, vielleicht wird durch die Anfrage des Clients angestoßen, dass irgendwelche Inhalte abgespeichert werden oder aktualisiert werden. Denken Sie zum Beispiel mal an sowas wie eine ganz klassische Passwort-Aktualisierung in einer Web-Anwendung. Sie schicken ein neues Passwort zum Server hin, der speichert das dann in irgendeiner Form in einer Datenbank, aktualisiert also da irgendwelche Informationen und gibt Ihnen dann irgendwie eine Antwort zurück. Aber es ist nicht eine Anfrage in dem Sinne, dass Sie eine bestimmte Information haben wollen, sondern Sie können als Client auch einfach Aktionen anstoßen in diesem Konzept Server-Client in einer Web-Anwendung. Dieses Übersetzen von so einer Client-Anfrage funktioniert so, dass in der Regel der Client eine URL konzipiert, zusammensetzt und dann über das HTTP-Protokoll eine Anfrage über diese URL auf die entsprechend damit ausgewiesene Ressource auslöst. Also diese URL ist irgendwie das Bindeglied zwischen Client und Server. Das spezifiziert auf der einen Seite, um welchen Server es eigentlich geht. Ganz am Anfang auch noch über welches Protokoll, also welche Sprache Sie mit diesem Server reden wollen und welche Ressource dieses Servers Sie gerne hätten. Das bauen Sie noch auf dem Client zusammen oder baut der Client für Sie zusammen, schickt dann diese Anfrage an den Server und dort wird dann aus diesen Informationen wieder ausgelesen, welche Ressource Sie haben wollen. Ja, ich befürchte fast, dass an der Stelle sogar HTTPS gar nicht funktioniert. Also ich hoffe mal, dass es mittlerweile funktioniert auf der Uni Regensburg-Seite, wird aber meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Klotz der Hinweis, hier, schöner wäre es, wenn da so ein kleines S wäre, weil das würde nämlich bedeuten, dass diese Server-Client-Kommunikation, über die wir jetzt reden, verschlüsselt ausgetauscht wird. Also das ist für viele Anwendungsfälle natürlich essentiell. Sie wollen nicht irgendwie anfragen an Ihr Online-Banking-System direkt an den Sparkassen-Server schicken, sondern da würden Sie schon erwarten, dass dieser Kommunikationsaustausch zwischen Client und Server verschlüsselt erfolgt, damit Sie einfach sicher gehen können, dass nicht irgendjemand, der vielleicht dazwischen sich schalten kann, dann diese Anfrage auslesen kann. Denn, wir kommen später noch mal dazu, aber das ist ja vielleicht an dieser Stelle auch ein ganz netter Einschub, Sie erinnern sich noch, wie diese Kommunikation im www funktioniert. Haben wir ganz am Anfang in der ersten oder zweiten Sitzung uns darüber unterhalten. Sie haben gesehen, dass dieses www als Teil des Internets ja so ein großes Netz aus ganz, ganz vielen Noten ist. Und wenn Sie jetzt irgendwie mit dem Server der Uni Regensburg kommunizieren, weil Sie die Seite der Medieninformatik aufrufen, dann können da ganz, ganz viele Stationen zwischengeschaltet sein. Und im Zweifelsfall, wenn Sie über HTTP kommunizieren, dann ist der Text, der diese Anfrage ausmacht, in einem entsprechenden Format tatsächlich auch von allen beteiligten Stationen einsehbar. Deshalb, wenn möglich, immer HTTPS zur Verschlüsselung dieser Kommunikation verwenden. Und dann können wirklich nur Server und Client die jeweilige Antwort beziehungsweise Anfrage entschlüsseln und verstehen. Dieser Pfad, der dahinter steht, also die Definition der Ressource, die wir haben wollen, die kann entweder auf ein tatsächliches Dokument verweisen. Also es kann so sein, dass irgendwie auf dem Web-Server der Uni Regensburg ein Ordner Sprache, Literatur, Kultur ist und da drin ist ein Ordner Medieninformatik und da drin ist dann vielleicht irgendwie eine HTML-Datei. Also es kann eine ganz konkrete Ressource sein. Das kann aber auch irgendwas Virtuelles sein. Also es kann auch sein, dass es überhaupt nicht so einen Ordner gibt, sondern dass der Server das dann für sich selber übersetzt und vielleicht an einem ganz anderen Ort nach den Inhalten anschaut. Also die URL muss nicht deckungsgleich sein, zwangsläufig mit der Ordnerstruktur des jeweiligen Servers. Das heißt, der Server schaut sich an, was sie für eine Anfrage gestellt haben, versucht das zu interpretieren und gibt ihnen dann entsprechende Antwort zurück. Man spricht dann auch in dem einen vom Request, also die Anfrage des Clients an den Server, das ist der sogenannte Request und die Antwort ist die Response. Diese Schnittstelle zwischen Client und Server wird im Kontext von Web-Anwendungen ganz, ganz häufig von der Technologie HTTP oder von der über das Protokoll HTTP realisiert. Also wir brauchen irgendwie so eine standardisierte Schnittstelle, über die Client und Server Informationen austauschen können. Technologisch ist das das Internet als solches, also das große Netzwerk, in dem ihr Laptop und der Server der Uni Regensburg irgendwie zusammenfinden. Aber auf einem abstrakteren Niveau ist diese Schnittstelle eben das HTTP oder das HTT-Protokoll, das definiert, wie jetzt diese Informationen ausgetauscht werden. Das haben wir zum Teil uns auch schon mal angeschaut. Das heißt, das ist jetzt ein kleines bisschen Wiederholung. Wir brauchen eben ab und zu oder eigentlich relativ häufig Server und Client-Komponenten in unserer Web-Anwendung. Das eine oder das andere alleine macht selten Sinn und häufig können wir nicht alle Funktionalität durch den Client realisieren. Das heißt, wir haben diese beiden Seiten unserer Anwendung, der Server als zentraler Ort, den Client, der vom Server bereitgestellt wird, der in unserem Browser ausgeführt wird und in der Regel müssen die auch noch während die Anwendung genutzt wird, miteinander kommunizieren, weil sie dann irgendwie zielgerichtet vielleicht bestimmte Informationen vom Server anfordern und in ihre Client-Anwendung integrieren wollen. Diese Kommunikation, habe ich schon gesagt, wird relativ häufig über das HTTP-Protokoll realisiert. Dieses Protokoll funktioniert auf einem sehr, sehr hohen Niveau innerhalb des Internets. Denken Sie nochmal ganz kurz zurück, wie wir über das Internet ganz am Anfang gesprochen haben. Wir haben irgendwie gesehen, dass das, was man so landläufig als Internet bezeichnet, eigentlich erstmal dieses tatsächlich physikalische Netzwerk aus ganz, ganz vielen Millionen oder Milliarden von Rechnern auf der Welt ist, die alle irgendwie über unterschiedliche Knotenpunkte miteinander vernetzt sind. Wir haben das www kennengelernt als so einen Teilbereich oder besser gesagt einen Dienst, der innerhalb dieses Internets bereitgestellt wird und der eben diesen Hypertext-Informationsraum mit den ganzen Webseiten bereitstellt, die wir über unsere Browser aufrufen können. Innerhalb des Internets, also auf dieser etwas niedrigeren Stufe in Anführungsstrichen, kommunizieren die einzelnen Rechner über das TCP-IP, das Internetprotokoll. Also das ist das Protokoll, der Standard, mit dem die Clients innerhalb des Internets Informationen austauschen. Innerhalb des WWWs benutzen wir nicht direkt dieses Netzwerkprotokoll, als etwas, ja, ruhere Form der Kommunikation, sondern wir verwenden dieses abstrakte HTTP, dieses Hypertext-Transfer-Protokoll, was direkt dieses Gespräch zwischen Client und Server steuert. Die Informationen, die Client und Server austauschen, also die HTTP-Anfrage und auch die Antwort, die werden technisch dann wieder über das Internet und damit über TCP-IP ausgetauscht. Aber das, was für uns so die letzte Schicht ist, die uns jetzt in diesem Kurs interessiert, ist dieses HTTP-Protokoll. Dass das danach dann irgendwie in den Netzwerkstack übergeht, irgendwie in Pakete aufgeteilt wird, durch das Internet durchgejagt wird und am Server ankommt, das interessiert uns nicht. Uns interessiert diese letzte Schnittstelle nach unserem JavaScript-Code und das ist in unserem Fall HTTP. Das heißt, das habe ich jetzt aber eh schon gesagt, ich sehe leider immer nicht, das nur so als kleine Information für Sie, was die nächste Folie ist, weil keine Monitore mehr auf meinen Schreibtisch passen. Deshalb bin ich immer selber so ein kleines bisschen überrascht, was als nächstes auf den Folien kommt. Aber den letzten Punkt habe ich ja schon zusammengefasst. HTTP ist irgendwie das Protokoll für die Kommunikation zwischen Client und Browser und wir nutzen als Kommunikationsmedium oder Transportmedium eben das Internet beziehungsweise TCP-IP. Wie funktioniert das? Sie sind irgendwie im Browser. Auf der anderen Seite ist der Webserver mit den Inhalten, die Sie gerne hätten. Dazwischen ist das ominöse Internet und in diesem Internet das www als der Raum, in dem wir jetzt irgendwie nach Informationen suchen. Im www kommunizieren wir über HTTP, im Internet darunter kommunizieren andere Komponenten, die uns gar nicht interessieren, über TCP-IP. Wir stellen eine Anfrage, indem wir die URL in die Browserzeile eingeben. Das wird dann umgewandelt in eine Form, in der wir im Internet kommunizieren können. Also aus dieser URL wird eine IP-Adresse. Das ist ein spezieller Dienst im www, der über so eine DNS-Anfrage realisiert wird. Also wir fragen einen bekannten Server hinter... wir fragen einen bekannten Server, welche IP-Adresse sich hinter einer bestimmten URL verbirgt. Dann können wir die HTTP-Anfrage formatieren. Dann wissen wir nämlich, an welchen Server wir diese Anfrage schicken wollen. Wir kennen dessen IP-Adresse. Wir wissen, welches Dokument wir gerne hätten, weil es ja Teil von der URL ist. Und wir können dann dieses Informationspaket in das Internet, in das www übergeben. Und das findet dann seinen Weg zum Web-Server. Es kommt bei dem Web-Server an, diese Anfrage, und der sucht sich dann anhand von Ihrer Anfrage zusammen, welches Dokument Sie gerne hätten, packt dessen Informationen, sei es jetzt entweder statisch aus einer Datei ausgelesen oder dynamisch durch irgendwelche Datenbankabfragen generiert, in wieder eine HTTP-formatierte Antwort und schickt das zurück an den anfragenden Client. Ihr Rechner hat ja auch eine IP-Adresse, wenn er im Internet aktiv ist, und darüber findet dann diese Server-Antwort wieder ihren Weg zurück über das Internet auf Ihren Rechner in Ihren Browser hinein. Und dort kann die Antwort dann interpretiert und in der Regel zum Rendern von einer Webseite benutzt werden. Das ist so der Weg der Kommunikation über diese HTTP-Schnittstelle zwischen Client und Web-Server. Dieses Protokoll basiert auf Plain-Text-Nachrichten. Also das ist gar nicht so wild. Es wird ein Text generiert, und dieser Text wird zwischen Server und Client ausgetauscht. Das Wichtige ist, dass dieser Text ein bestimmtes Format hat, das sowohl Client als auch Server interpretieren können. Diese Nachricht besteht aus einem Header und einem Body. In dem Header-Teil stehen die Informationen drin, die notwendig sind, damit die Nachricht den jeweiligen Rezipienten tatsächlich auch erreicht. In dem Body stehen die Informationen drin, die vielleicht irgendwie als Antwort vom Server an den Client gestickt werden. So eine ganz, ganz einfache HTTP-Nachricht könnte zum Beispiel so ausschauen. Das ist die Anfrage, also der Request. Wir wollen eine bestimmte Information einholen, deshalb dieses Get-Schlüsselwort. Wir hätten gerne eine bestimmte Ressource, die sich hinter diesem Sprach-Literatur-Kultur-Medien-Informatik-Pfad verbirgt. Wir geben dem Server noch mit, in was für einem Format oder in welcher HTTP-Spezifikation diese Anfrage formuliert ist und wir sagen, welchen Host wir erreichen möchten, nämlich die Seite der Uni oder den Server der Uni Regensburg. Das ist die komplette Anfrage. In dem Body steht nichts drin, weil wir jetzt ja erstmal einen Request stellen und mehr Informationen braucht der Server nicht. Die Antwort vom Server könnte dann so ausschauen. Im Header-Bereich sehen wir sowas wie einen Status-Code, auch wieder die Information, in welchem Format diese Antwort spezifiziert ist. Wir haben so ein paar zusätzliche Informationen, Metadaten, die dem Client noch mitteilen, wie mit dieser Antwort umgegangen werden soll. Und wir haben im Body-Teil dann die eigentliche Antwort auf diese Anfrage und das könnte in diesem Fall zum Beispiel der HTML-Code von der Startseite der Medieninformatik sein. Also das hat der Server irgendwo rausgesucht aus einer Datei, er packt das in den Body und schickt ihn das zurück und der Client interpretiert dann diesen HTML-Teil. Wenn da irgendwie eine CSS-Datei oder eine JavaScript-Datei verlinkt wird, wird wieder eine Anfrage gestellt und wir holen uns dann über den gleichen Mechanismus die Inhalte von der CSS- oder JavaScript-Datei. Und so funktioniert die komplette Kommunikation zwischen Client und Server. Ich erzähle Ihnen das alles, weil das etwas ist, was Sie, wenn Sie jetzt eine Web-Anwendung implementieren, im Zweifelsfall selber machen müssen. Sie müssen zum Beispiel, wenn Sie dafür sorgen möchten, dass Sie in Ihrem Client vielleicht an bestimmte Inhalte kommen, die in einer Datenbank gespeichert sind, eine Schnittstelle zwischen Ihrem Client und dem Server definieren, die dafür sorgt, dass Sie über diese Schnittstelle diese Informationen, die Sie brauchen, einholen möchten. Und HTTP eignet sich dafür. Also wenn Sie jetzt eben eine solche Kommunikationsschnittstelle definieren möchten, um verschiedene Informationen innerhalb Ihrer Web-Anwendung vom Server in den Client zu holen, dann können Sie diese eh schon existierende Schnittstelle verwenden und selber da dann eben mit diesen Technologien diese Verbindung zwischen Server und Client tatsächlich herstellen. Das wird am Ende darauf hinauslaufen, dass wir irgendwie im Server überwachen wollen, welche Anfragen der Client stellt. Und wenn das dann nicht irgendwie eine Anfrage ist, wie gib mir bitte Dokument XY, sondern wenn das eine Anfrage ist, die wir als jetzt gib mir bitte das Item XY aus der Datenbank Z ist, dann wird unser Web-Server anspringen, diese Information aus der Datenbank auslesen und als Response, als HTTP-Antwort an den Client zurückschicken. Dieses vierte Kapitel, was sich da jetzt eingeschlichen hat, das würde ich, glaube ich, gerne auf die nächste Woche verschieben. Ich sage Ihnen ganz kurz, was damit gemeint ist, weil die Folien haben Sie sich ja vielleicht schon angeschaut oder schauen Sie sich jetzt noch an. Ich würde Ihnen in diesem vierten Kapitel zusammenfassen, was wir beachten müssen, wenn wir Web-Anwendungen implementieren und zwar nicht aus einer technischen Perspektive, sondern aus einer Perspektive des Software-Designs. Das werden wir uns nächste Woche dann ausführlicher anschauen. Jetzt nur noch mal der Hinweis, es geht in diesem vierten Kapitel nicht darum, wie Sie jetzt ganz konkret irgendwie eine HTTP-Anfrage formulieren in JavaScript oder wie Sie irgendwie mit Node.js einen Web-Server aufbauen, sondern darum geht es eher, wie Sie das richtig machen. Also wie Sie innerhalb Ihrer Anwendung bestimmte Konzepte umsetzen, um Ihren Code zu strukturieren, die dann eben nicht nur irgendeine Lösung produzieren, sondern die es Ihnen erlauben, Client- und Browser-Anwendungen mit einer hohen Qualität zu realisieren. Also das überspringen wir jetzt aber mal und ich hoffe, dass ich die andere Stelle schnell finde. So, da sind wir wieder nach diesem kleinen Schnelldurchlauf. Also keine Sorge, das holen wir nach, aber ich möchte jetzt ein bisschen praktisch mit Ihnen arbeiten. Deshalb kehren wir zum eigentlichen Kapitel 4 zurück. Wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir so einen Web-Server realisieren. Also wie können wir es jetzt irgendwie schaffen, welche Technologien setzen wir ein, um diese Komponente zu implementieren, die irgendwo auf einem Server an der Uni oder bei Ihnen zu Hause läuft und die darauf wartet, dass Anfragen vom Client kommen und diese dann beantworten kann. Es geht jetzt wieder um ein ganz klassisches Software-Technik-Problem. Wir wissen jetzt, dass wir so einen Web-Server brauchen. Wir wissen, was dessen Aufgaben sind. Der soll irgendwie darauf warten, dass eine Anfrage kommt und die beantworten. Vielleicht irgendwie in der Datenbank nachschauen. Und wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung dafür finden, wie wir das implementieren können. Warum brauchen wir den Web-Server? Nutzer können ja nicht irgendwie ständig auf ihren Rechner zugreifen. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwie Ihre Web-Anwendung über Ihren Laptop bereitstellen wollen würden, dann müsste der irgendwie die ganze Zeit an sein und jeder müsste irgendwie darauf zugreifen können. Das ist natürlich keine gute Idee. Wir brauchen irgendwie so einen zentralen Ort, also sowohl zentrale Hardware als auch zentrale Software, über die unsere Clients auf unsere Web-Anwendung zugreifen können, um Dokumente, Inhalte oder Informationen abzugreifen. Statische Seiten, also irgendwie ein HTML-Dokument, was irgendwo auf einem existierenden Web-Server der Uni liegt, reicht vielleicht nicht unbedingt, weil wir vielleicht dynamische Visualisierung haben, weil wir vielleicht Filterfunktionen haben, die nur durch eine Server-Komponente realisiert werden können, die auch dynamisch auf entsprechende Client-Anfragen reagieren kann. Und in der Regel bleibt es gerade in diesem Kontext Digital Humanities nicht dabei, dass Sie nur Informationen darstellen, sondern Sie haben häufig auch den Wunsch, dass Sie Informationen generieren lassen. Also ein wichtiger Punkt oder eine wichtige Aufgabe, wenn Sie in so einem Digital Humanities-Projekt vielleicht eine Web-Anwendung generieren oder implementieren, ist, dass Sie auch irgendwas mit den Informationen machen, die Nutzer und Nutzerinnen vielleicht beisteuern, also so Crowdsourced-Ansätze. Sie haben vielleicht irgendwie ein Annotationstool, mit dem Sie Handschriften, die Sie eingescannt haben, durch möglichst viele Leute annotieren lassen möchten. Dann ist es nicht damit getan, dass Sie eine JavaScript-Anwendung schreiben, in der die Leute irgendwelche Annotationssymbole über einen Text drüber zeichnen können, sondern die müssen natürlich auch gespeichert werden. Nur wenn Sie diese Informationen, die im Client generiert werden, auch wieder zurückbringen auf Ihren Web-Server, können Sie tatsächlich in irgendeiner Art und Weise was damit anfangen. Also diese Rückkopplung vom Client wieder zurück zu den Server und das Generieren von Informationen, die über diese Schnittstelle dann auch serverseitig abgespeichert werden, sind ein wesentlicher Bestandteil dessen, warum wir uns überhaupt Gedanken darüber machen, solche Web-Server zu implementieren. Es gibt jetzt verschiedene Ansätze dafür, was wir machen können. Wir könnten, wie schon gesagt, irgendwie einen fertigen Server verwenden. Es gibt etliche existierende Web-Server-Pakete, die es Ihnen irgendwie erlauben, ein HTML-Dokument an einem zentralen Ort abzuspeichern und dann über die IP-Adresse oder die URL des Servers zugänglich zu machen. Denken Sie an sowas wie Apache zum Beispiel. Die andere Möglichkeit ist es, selber einen Server zu programmieren, der entweder auf so einem existierenden Server aufbaut oder der komplett alleine stehend alle Aufgaben von so einem klassischen Web-Server übernimmt. Wenn wir den Server selber programmieren, dann nehmen wir viel direkter Einfluss darauf, was zum Beispiel bei einer bestimmten Anfrage tatsächlich passiert. Das heißt, wir können über bestimmte Klassenbibliotheken, über bestimmte Programmiersprachen so die Kernfunktionalität eines Web-Servers auch selber bereitstellen und dann eben aber auch ganz spezifisch die Antworten, die der Server generiert, gestaltet. Das ist natürlich auch mit so einer existierenden Lösung wie Apache oder sowas möglich. Da sind ja auch serverseitige Skript-Sprachen einsetzbar, die dann vielleicht die Antworten für eine Client-Anfrage dynamisch generieren. Aber man kann so grob unterscheiden. Wir können entweder etwas Existierendes nehmen, das dann vielleicht durch Skript-Sprachen erweitern oder wir programmieren wirklich eine Anwendung selber, die diesen gesamten Aufgabenbereich eines Web-Servers ausmacht. Und was wir uns anschauen werden hier, ist tatsächlich zweiteres. Wir bauen von Null quasi unsere eigene kleine Web-Server-Anwendung auf, die dann basierend auf entsprechenden Bibliotheken und Frameworks eben durch den Code, den wir schreiben, die entsprechenden Funktionen des Servers bereitstellt. In diesem Kontext Server-Client, in dem wir uns jetzt bewegen, also in diesem Spannungsfeld in einer Web-Anwendung, was macht ein Client, was macht ein Server, können wir tatsächlich so ein Spektrum aufspannen zwischen einmal Web-Anwendungen, in denen der Server eigentlich alles macht, also alles, was irgendwie logisch, programmatisch passiert, wird auf dem Server ausgeführt und der Client im Browser ist nur dazu da, diese Ergebnisse, die der Server generiert, zu rendern. Also wenn Sie irgendwie Informationen aus einer Datenbank anzeigen wollen, dann generiert der Server das HTML-Dokument, holt sich die Informationen aus der Datenbank, fügt die in dieses HTML-Dokument rein und schickt dann dem Client so ein fertiges Dokument, was nur noch gerendert wird. Das ist dann so eine Art SYN-Client, also eine Browser-Anwendung, die eigentlich keine Aufgabe hat, außer ein fertig generiertes HTML-Dokument anzuzeigen. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht Anwendungen, die mit einem Rich-Client funktionieren. Da ist das Konzept dann genau umgedreht, der Server stellt Informationen bereit, die der Client abfragen kann und das eigentliche Zusammenfügen, das Generieren von entsprechenden Views oder HTML-Buchstücken passiert im Client und normalerweise bewegt man sich irgendwo so dazwischen. Also diese ganz Extremfälle, auch wenn da jetzt Beispiele stehen, werden normalerweise nicht erreicht, also auch bei dem Einsatz von React, gibt es sicherlich irgendwie kleinseitiges JavaScript, was ausgeführt wird und auch irgendwie bei Vue.js werden Sie wahrscheinlich so etwas wie einen Datenbank-Server haben, der vielleicht schon mal ein bisschen abstrahiert, was irgendwie die Antwort auf eine bestimmte Anfrage angeht. Also wir bewegen uns normalerweise immer irgendwo innerhalb dieses Spektrums, sollten aber im Kopf behalten, dass wenn wir jetzt unsere Web-Anwendung konzipieren, wir uns überlegen, was die so machen muss und diese Aufgaben dann auch sinnvoll auf die entsprechenden beiden Komponenten aufteilen. Also das auch noch mal so als Hintergedanke. Wir werden, wenn wir jetzt anfangen, selber so einen Web-Server zu implementieren, zwei erstmal isolierte Anwendungen haben. Wir haben weiterhin unsere JavaScript-Anwendung, die im Browser ausgeführt wird mit HTML, CSS und so weiter und JavaScript. Und wir haben auf der anderen Seite eine Web-Anwendung, Entschuldigung, einen Web-Server, der irgendwo auf einem ganz anderen Rechner ausgeführt wird. Diese beiden Komponenten kommunizieren über eine HTTP-Schnittstelle und die bilden unser Gesamtsystem. Also unsere Web-Anwendung besteht aus diesen beiden Komponenten. Die sind aber für sich betrachtet tatsächlich isolierte Stücke Software, die eben nur zusammen in einer großen Anwendung eben dann den eigentlichen Zweck dieser Anwendung erfüllen. Also wir bewegen uns irgendwo zwischen alles passiert auf dem Server und alles passiert auf dem Client und wir überlegen uns jetzt immer, wenn wir unsere Web-Anwendung implementieren und eine bestimmte Funktion haben, gehört die eher in den Client oder gehört die eher in den Server. Eine Möglichkeit, wie wir das mit Technologien realisieren können, die wir jetzt schon kennen, ist Node.js. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Sie können irgendwie diese Server-Komponente mit jeder Programmiersprache schreiben, die Sie möchten. Sie können Python einsetzen, Sie können Java einsetzen, Sie können C-Sharp oder C++ einsetzen. Jede Sprache, mit der Sie in irgendeiner Art und Weise diese HTTP-Schnittstelle bedienen oder bereitstellen können, eignet sich dafür, die serverseitige Komponente einer Web-Anwendung zu implementieren. Es eignen sich vielleicht nicht alle Programmiersprachen gleich gut, aber im Grunde genommen, wenn Sie irgendwie eine Programmiersprache haben, die es Ihnen erlaubt, eine HTTP-Schnittstelle zu öffnen, mit der andere Clients dann mit dieser Server-Software kommunizieren können, ist das völlig gleich, was Sie als Programmiersprache einsetzen. Was ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist Node.js und ich zeige Ihnen das deshalb, weil Sie damit JavaScript verwenden können, um Ihr serverseitiges Programm zu implementieren. Was ist Node.js? Node.js ist eine JavaScript-Umgebung, die es Ihnen erlaubt, in JavaScript geschriebene Programme außerhalb des Browsers auszuführen. Bis jetzt haben wir das ja immer so gemacht, dass unser JavaScript-Code auf verschiedene Wege in den Browser gelangt ist und dann hat der Browser diesen JavaScript-Code ausgeführt. Wir hatten bestimmte Bibliotheken, bestimmte APIs zur Verfügung, mit denen wir dann den DOM manipulieren konnten und auf Events reagieren konnten und das Ganze hat sich eben in diesem Kontext Browser abgespielt. Auf dem Server haben Sie keinen Browser. Sie haben nicht diesen Ausführungskontext eines Firefox oder eines Chromes, in dem Sie dann Ihre Anwendung starten können, sondern Sie brauchen irgendwas anderes. Und das andere ist eben Node.js. Node.js nimmt diese Komponente, die im Browser dafür verantwortlich ist, JavaScript-Programme auszuführen, gibt Ihnen die Möglichkeit, diese Komponente auf Ihrem Rechner oder auf einem Server zu installieren und dann können Sie außerhalb des Browsers über die Kommandozeile eine beliebige JavaScript-Quellcode-Datei ausführen. Und Node interpretiert dann diesen JavaScript-Code und sorgt dafür, dass das, was dort programmiert worden oder implementiert worden ist, tatsächlich ausgeführt wird. Node.js ist dabei nicht nur diese JavaScript-Laufzeitumgebung, sondern dazu gehört auch ein Paketmanager, mit dem Sie ganz, ganz viele Frameworks und Bibliotheken installieren können. Dazu gehört der entsprechende Kontext an Tools, mit denen dann die Laufzeitumgebung gestartet werden kann und Sie auch Ihre Anwendung eben entsprechend dann kontrollieren und managen können. Aufgrund von dieser Toolchain eignet sich Node.js relativ gut für die Implementierung von Server-Client-Anwendungen, vor allem deshalb, weil wir im Browser eigentlich zwangsläufig JavaScript einsetzen können. Also wir können vielleicht irgendwie über TypeScript oder sowas uns Gedanken machen oder andere Varianten von JavaScript, aber in der Regel kommen wir nicht drum herum, im Browser mit JavaScript zu arbeiten. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was machen wir, was benutzen wir für eine Technologie, um auch die serverseitige Komponente unserer Anwendung zu implementieren, dann bietet sich Node.js eben genau deshalb an, weil wir die gleiche Technologie, die gleiche Programmiersprache verwenden können. Es gibt noch ganz viele andere Vorteile, aber genauso viele Nachteile und das soll jetzt auch nicht irgendwie so klingen, als ob das die einzige Lösung ist, um Webserver zu implementieren, aber diese Lösung liegt jetzt nahe und wir werden darauf aufbauen, das jetzt auch im restlichen Kurs verwenden. Das Ganze wird am Ende so funktionieren, dass wir auf der einen Seite unsere Node.js-Applikation haben, die wir starten und die irgendwo auf einem Server oder in den meisten Fällen einfach auf unserem Rechner läuft und wir haben eine JavaScript-Anwendung, die wir starten, indem wir die im Browser öffnen. Die beiden Komponenten werden über eine HTTP-Schnittstelle kommunizieren, das heißt, wir werden in unserer Node.js-Anwendung einen kleinen HTTP-Server aufbauen, der bereit steht, um Anfragen vom Client zu beantworten, werden, wenn diese Anfragen eingehen, dann entsprechende Operationen durchführen, zum Beispiel mal in einer Datenbank nachschauen und werden das Ergebnis dann an den Client zurückliefern. Heißt, dass die Implementierung vom Client selber so bleibt, wie sie jetzt ist, also sie werden weiter mit HTML, CSS und JavaScript arbeiten. Sie werden auch für die Kommunikation zwischen Client und Server bekannte Technologien einsetzen, denn sie kennen ja zum Beispiel schon die Fetch-Methode, um eine HTTP-Anfrage zu stellen, und sie werden jetzt als Neues eben diese Server-Komponente implementieren, die dann eben auf diese Anfragen reagiert und Informationen bereitstellt. Das Erste, was sie machen müssen, ist, sie müssen sich Node.js herunterladen, also dieses Paket, diese Laufzeitumgebung herunterladen und auf ihrem Rechner installieren. Ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal ganz kurz im Browser. Sie gehen hier auf Node.js.org und finden dann entweder auf der Startseite oder auf dem Punkt Downloads die Möglichkeit, für ein beliebiges Betriebssystem Node.js herunterzuladen. Ganz wichtig, laden Sie diese Version hier herunter. Die Syntax von JavaScript unterscheidet sich nicht zwischen Node.js und dem Browser. Es gibt aber so ein paar Features, die Sie im Browser gewohnt sind, die standardmäßig in dieser Version hier von Node.js nicht funktionieren. Alles, was Sie bis jetzt über Module gelernt haben, gerade irgendwie diese Schlüsselwörter mit Import und Export, die funktionieren in dieser Version von Node.js, aber nicht in dieser. Das heißt, wenn Sie genauso weiterarbeiten möchten, wie Sie das gewohnt sind, für die Modularisierung von Ihren Anwendungen diese sogenannten ES6-Module einsetzen möchten und mit dem Import-Schlüsselwort bzw. mit dem Export-Schlüsselwort arbeiten möchten, dann ganz wichtig diese Version hier installieren. Alle Programme, die wir Ihnen anbieten als Beispiele, funktionieren mit dieser Version. Wenn Sie die Variante installiert haben, oder dieses Node.js-System, dann haben Sie zumindest unter Windows eine neue Kommandozeile. Die finden Sie, wenn Sie im Startmenü Node.js eingeben und dann hier diesen Node.js Command Prompt öffnen. In dieser Kommandozeile und theoretisch auch in anderen Kommandozeilen, nur in dieser Kommandozeile ganz, ganz sicher, steht Ihnen dann ein Programm zur Verfügung, das heißt Node. Und mit diesem Befehl Node starten Sie diese JavaScript-Laufzeitumgebung auf Ihrem Rechner. Ich mache es mal ein kleines bisschen größer, dass Sie auch was sehen können. Egal. Jetzt können Sie es vielleicht ein bisschen besser sehen, was da so steht. Mit diesem Befehl Node starten Sie diesen JavaScript-Interpreter auf Ihrem Rechner und Sie können jetzt, das werden wir nicht so häufig tun, aber ich zeige es Ihnen ganz kurz, hier irgendwelche JavaScript-Kommandos eingeben, zum Beispiel das klassische Hello World und dann wird das interpretiert und ausgeführt. Was viel wichtiger ist, Sie können über diesen Node-Befehl eine JavaScript-Datei angeben und in dieser JavaScript-Datei oder der Code, der in dieser JavaScript-Datei dann drinsteht, der wird dann ausgeführt. Das heißt, Sie starten damit Ihr JavaScript-Programm. Das möchte ich Ihnen jetzt mal ganz kurz vormachen, bevor wir uns ganz kurz nochmal auf die theoretischen Folien zurückbeziehen und dann die letzten Minuten noch praktisch arbeiten. Aber dieses erste kleine Hello World-Programm, das würde ich Ihnen gerne jetzt direkt hier zeigen. Ich versuche mal ganz kurz zu einem Ordner zu finden, den ich dafür schon vorbereitet habe. Ich hoffe, dass ich da schnell hinfinde. Ganz kurz eine Frage. Das habe ich jetzt völlig vergessen, weil es für mich irgendwie schon so in der Natur der Sache liegt. Wer von Ihnen hat noch nie mit so einer Kommandozeile gearbeitet? Sagen Sie mir mal ganz kurz Bescheid im Chat, für wen das jetzt irgendwie böhmische Dörfer sind. Falls man das noch so sagt und Sie gar nicht wissen, über was für eine Art und Weise ich jetzt gerade hier mit meinem Rechner interagiere. Daher sagen Sie mir mal ganz kurz Bescheid im Chat, ob das irgendwie komplett neu für Sie ist oder ob Sie zumindest wissen, was irgendwie hinter so einer Kommandozeile steht. Sie müssen das jetzt nicht täglich irgendwie verwenden, aber zumindest mal kurz einen Hinweis, ob das irgendwie komplett neu ist. Okay, also auch wenn Sie noch nicht so viel gearbeitet haben, Sie haben irgendwie so eine grobe Vorstellung, was das ist. Das ist einfach so eine textbasierte Schnittstelle zu unserem Betriebssystem. Funktioniert eigentlich im Prinzip relativ einfach. Sie befinden sich immer in einem ganz bestimmten Ort auf Ihrer Festplatte oder in Ihrem Betriebssystem. das wird normalerweise in den meisten Kommandozeilen über so einen Pfad dann immer angegeben. Also ich befinde mich zum Beispiel auf meinem Laufwerk eher im Ordner Windows AB, im Ordner Desktop, im Ordner Webtech und ich kann hier Befehle eingeben. Befehle sind einfach Verweise auf irgendwelche Programme, die auf meinem Rechner installiert sind. Node ist ein Programm, was ich vorher heruntergeladen und installiert habe und das kann ich jetzt mit dieser Kommandozeile starten. Ein anderes Programm, was ich starten kann, wäre zum Beispiel Nano. Das ist so ein Texteditor, der in der Kommandozeile funktioniert. Und ich kann jetzt mal diesen Texteditor verwenden, um eine neue JavaScript-Datei zu erstellen. Index.js nenne ich die und da schreibe ich jetzt JavaScript Code hier rein. Also ich schreibe mir eine Funktion, die nenne ich SayHello. In der Funktion gebe ich über Console.log HelloWorld aus und rufe die Funktion dann gleich auch mal auf. Ziemlich sinnloser Code, aber ich soll Ihnen nur mal einfach zeigen, was jetzt passiert. Ich habe das in eine Datei reingeschrieben, die heißt Index.js und was hier passiert, können Sie mittlerweile wahrscheinlich ganz gut interpretieren, oder? Wir haben hier so eine Funktion, eine Named Function, die heißt SayHello. Da drin rufen wir Console.log auf, um ein String auf der Standardausgabe auszugeben. Das hat im Browser immer dazu geführt, dass wir hier in diesem unteren Bereich in der Developer-Konsole gelandet sind. Wir werden gleich sehen, wo das im Kontext von Node.js rauskommt. Und dann rufen wir diese Funktion tatsächlich auf. Das speichere ich jetzt und schließe das Ganze. Und Sie sehen jetzt hier diese Datei. Was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe mir den Inhalt des Ordners, in dem ich gerade drin bin, auf der Kommandozeile ausgegeben. Ich kann ja jetzt irgendwie hier in diesem grafischen Ding nicht direkt sehen, wo ich bin. Ich könnte jetzt irgendwie den Explorer öffnen. Kann es ja auch mal schnell machen. Dann navigiere ich mal ganz schnell dahin, in der Hoffnung, dass jetzt irgendwie die Twitch-Welt nichts Wichtiges über meinen Rechner erfährt an dieser Stelle. Das hier ist der Ordner, in dem ich mich gerade in der Kommandozeile befinde. Hier sehe ich grafisch, was da so drin ist, zwei Ordner und zwei Dateien. Und hier sehe ich das Ganze textuell, wenn ich diesen List-Befehl eingebe. Also ich sehe da einfach, welche Inhalte der Ordner hat. Da ist die Datei drin, die ich gerade eben angelegt habe. Und wenn ich jetzt den Node-Befehl nutze, kann ich diese JavaScript-Datei als Parameter übergeben, das Ganze ausführen und dann wird im Hintergrund Node.js gestartet oder der Interpreter wird gestartet und der Code, der in dieser JavaScript-Datei drinsteht, wird ausgeführt. Das heißt, das ist äquivalent zu dem, wenn ich diese Datei irgendwie im Browser laden würde, weil die mit einer HTML-Datei oder in einer HTML-Datei verlinkt ist. Also ich kann jetzt JavaScript-Code, den ich in einer Datei gespeichert habe, direkt auf meinem Rechner ausführen, ohne dass ich den Browser dafür brauche. Nachteil ist, alles was im Browser mit dem DOM oder sowas funktioniert hat, geht hier nicht. Also Node.js kann ich irgendwie den DOM verarbeiten, weil es gibt ja kein HTML-Dokument. Ich kann auch nicht auf irgendwelche Events reagieren, die durch Klicks oder sowas ausgelöst werden, weil es diesen Kontext ja nicht gibt. Was ich dafür machen kann, ist zum Beispiel direkt auf das Dateisystem des Rechners zugreifen. Ich kann direkt sowas wie einen HTTP-Server aufbauen, also ich kann andere Dinge tun. Das müssen wir nur unterscheiden. JavaScript im Browser hat andere Möglichkeiten als JavaScript jetzt direkt auf unserem Rechner. Wir brauchen keinen Browser mehr, sondern unser Code wird direkt ausgeführt. Dann schauen wir doch mal ganz schnell, was ich jetzt vorbereitet habe. Das habe ich Ihnen schon irgendwie gesagt. Wir haben Ihnen gezeigt dieses... Ich sage Ihnen gleich, wie das mit den Linux-Befehlen funktioniert am Ende vom Kurs. Also es ist relativ leicht und ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie gerne unter Windows Linux-Konsolen-Befehle benutzen, dann installieren Sie sich am besten die Git-Bash. Da funktioniert das am einfachsten. Da muss man nicht diese komischen Windows-Befehle auswendig lernen. Was ich jetzt mit Ihnen gemacht habe, ist, ich habe Ihnen schon dieses Hello-World-Beispiel gezeigt und ich habe jetzt noch ein paar mehr Beispiele vorbereitet, die wir uns entweder gemeinsam oder im Anschluss Sie anhand von dem Quellcode anschauen können. Ich habe zu jedem von diesen Beispielen eine kurze Folie vorbereitet, mit der Sie auch im Nachhinein nachvollziehen können, was wir eigentlich da machen wollten und ich habe jedes dieser Beispiele auch im GRIPS-Kurs verlinkt. Das heißt, Sie können sich auch dieses Hello-World-Beispiel, wenn Sie das jetzt irgendwie nicht selber mitprogrammieren wollen oder es irgendwo noch Fragen gibt, auch direkt herunterladen über eine entsprechende ZIP-Datei mit allen notwendigen Informationen, die Sie brauchen, um das auszuführen. Ich habe die meisten Beispiele auch komplett kommentiert. Das letzte große Beispiel, das wir uns aber wahrscheinlich eh erst nächste Woche anschauen werden, das ist noch nicht fertig kommentiert. Dieses Hello-World-Beispiel, das haben wir jetzt schon durchgegangen. Da war das Ziel, dass ich Ihnen kurz zeige, wo Sie sich Node.js herunterladen können. Dann haben wir diese Quellcode-Datei erstellt, in der einfach nur ein bisschen JavaScript-Code drin war. Wir haben die Node.js-Kommandozeile gestartet und wir haben das Ganze dann ausgeführt. Ich bin zu diesem Ort navigiert, an dem die Datei liegt, beziehungsweise an dem ich die erstellen möchte und habe dann mit diesem Befehl Node, gefolgt von dem Dateinamen, das Programm ausgeführt. Das nächste, was ich jetzt vielleicht auch noch in den letzten Viertelstunden mit Ihnen, glaube ich, ganz gut hinkriegen werde, ist, dass wir uns Gedanken machen, wie wir, wenn wir jetzt so eine Node.js-Anwendung implementieren, auch wieder diese guten Geflogenheiten von Modulen und Code-Strukturierung umsetzen möchten. Ich würde jetzt gerne eine Anwendung schreiben, die mir solche Hello-World-Phrasen generiert. Eine Hello-World-Phrase ist irgendwie der Text Hello, gefolgt von irgendeinem Wort. Also Hello Node.js, Hello World, Hello Regensburg oder so weiter. Und ich möchte diese Funktionalität in einem separaten Modul implementieren und möchte dann diese Funktionalität, dieses Modul an einer anderen Stelle von meiner Node.js-Anwendung verfügbar machen. Und wir lernen dabei so ein bisschen, wie wir jetzt auch in Node.js unseren Code tatsächlich strukturieren können. Ich würde jetzt damit tatsächlich einfach wieder direkt anfangen. Ich schließe das Ganze mal und ich zeige Ihnen mal ein bisschen was, was ich vorbereitet habe. Das kann ich jetzt leider, glaube ich, nicht größer machen. Das kann ich schon größer machen, das hier leider nicht. Das ist die Datei, in der wir gerade waren, beziehungsweise die wir gerade erstellt haben. Das ist diese Hello World JavaScript-Datei. Ich habe das Ganze in dem Editor Visual Studio Code geöffnet. Sie können für den Kurs jeden Editor verwenden, den Sie möchten. Wenn Sie irgendwie eine Empfehlung brauchen, dann verwenden Sie den Editor jetzt hier, Visual Studio Code, weil der ein paar Funktionen hat, die uns jetzt auch wieder bei Node.js ziemlich helfen. Sie können nämlich, wenn Sie in diesem Editor drin sind und zum Beispiel Ihr Projektverzeichnis geöffnet haben, auf irgendeinen Eintrag hier im Kontextmenü klicken und den Punkt Open in Terminal auswählen. Und dann öffnet sich hier unten im Editor eine Stelle, die leider nicht vergrößerbar ist. Ah, doch, ich kann das gesamte UI vergrößern. Das ist ja vielleicht auch keine schlechte Idee. Machen wir das so. Dann sehen Sie auch ein bisschen was im Stream. Hier unten öffnet sich dann ein Terminal und Sie befinden sich in diesem Terminal gleich in dem Ort, in dem diese Datei liegt. Das heißt, Sie müssen sich gar nicht irgendwie mit dem Node.js Command Prompt abgeben. Sie müssen nicht irgendwie zu Ihrem Projektverzeichnis sich durchhangeln mit irgendwelchen Befehlen, sondern Sie können direkt in dem Ort, wo diese Datei liegt, so ein Terminal öffnen. Und Sie können hier die gleichen Befehle eingeben, die ich gerade eben auch eingegeben habe, mit Node und Index.js dann zum Beispiel diese Datei ausführen. Und dann sehen Sie, dass auch hier Hello World auf der Konsole ausgegeben wird. Das habe ich gerade eben nicht erwähnt. Wenn Sie diesen Console.log Befehl in einer Node.js Anwendung verwenden, dann landet es einfach auf der Standardausgabe des Systems, was in unserem Fall die Kommandozeile ist, in der wir das Programm auch gestartet haben. Also das nur so als Hinweis, falls Sie sich irgendwie Gedanken machen, was Sie für einen Editor oder für eine Entwicklungsumgebung einsetzen. Visual Studio Code hat wie viele andere Editoren die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel direkt so einen Terminal starten. Und dann müssen Sie sich gar nicht so stark mit Kommandozeile und sowas auskennen, sondern eigentlich nur das Terminal öffnen und dann immer Ihr Node.js Programm ausführen, was Sie vorher geschrieben haben. Was wir jetzt machen möchten, ist, diese Mini-Say-Hello-Anwendung ein bisschen umfangreicher gestalten. Und ich würde gerne, wie gesagt, so ein Modul implementieren, was diese Hello World-Phrasen randomisiert generiert. Und das würde ich dann in einem anderen Modul gerne zugänglich machen, beziehungsweise verwenden, um Ihnen zu zeigen, wie man auch in Node.js seine Anwendung strukturieren und modularisieren kann. Ich habe dafür einen Ordner vorbereitet. Und in dem Ordner erstelle ich eine neue Datei, die nenne ich Index.js. Und in dieser Datei mache ich erstmal nichts anderes, als auch wieder in der Konsole was ausgeben. Starting-Phrase-Generator. Das mache ich jetzt nur, um zu schauen, ob alles funktioniert. Und ich überprüfe das, indem ich wieder hier einen Terminal öffne. Jetzt befinde ich mich in diesem Ordner hier. Ich gebe wieder Node und Index.js ein und führe die Datei aus. Und Sie sehen, das wird jetzt auf der Konsole ausgegeben. Starting-Phrase-Generator. Also, auch wenn noch nichts viel passiert, das ist irgendwie der Kern von unserer kleinen Node-Anwendung jetzt. Das nächste, was ich mache, ist, ich implementiere jetzt die Funktionalität für dieses zufällige Generieren von so einer Hello-World-Phrase in einer Extra-Datei. Und diese Datei, die strukturiere ich so, dass sie als Modul aufgebaut ist und dass sich diese Funktionalität dieses Moduls dann in dieser Datei hier importieren und verwenden kann. Dazu erstelle ich eine neue Datei, nenne die Phrase-Generator.js und implementiere da drin, ups, ich habe mich verschrieben, das korrigiere ich ganz schnell, mein Modul für diese Phrasengenerierung. Jetzt müssen wir eine Sache kurz machen. Wir müssen nämlich Node.js mitteilen, dass wir in diesem Programm den Modul-Syntax verwenden möchten, den wir aus dem Browser kennen. Das machen wir, indem wir in einer Konfigurationsdatei, die wir automatisch generieren lassen können, einen Eintrag vornehmen, der Node.js mitteilt, dass alles, was in diesem Ordner hier liegt, eben tatsächlich dann ein Programm ist, was diesen bekannten ES6-Modul-Syntax oder die bekannte ES6-Modul-Syntax verwendet. Das machen wir deshalb, weil wir Wissen und Know-how weiterverwenden möchten und weil Node.js normalerweise einen leicht anderen Syntax verwendet, um Module zu importieren und zu exportieren. Und damit Sie jetzt hier nichts Neues lernen müssen, was die Programmiersprache angeht, machen wir uns jetzt kurz die Mühe, das einzurichten. Wie funktioniert das? Ich generiere diese Konfigurationsdatei. Das mache ich, indem ich npm init in dem Projektverzeichnis ausführe auf der Konsole. Alles, was da jetzt an Anfragen kommt, können Sie bestätigen. Das interessiert uns alles überhaupt nicht. Und das Ergebnis davon ist, dass in Ihrem Projektverzeichnis diese Datei hier erstellt wird. Da stehen einfach so ein paar Informationen drin, die wir oder die Node.js braucht, um dieses Projekt auszuführen. Und wir ergänzen hier eine weitere Information, nämlich type und geben der den Wert module. Und das war schon alles, was wir machen müssen. Danach können Sie in diesem Verzeichnis, in dieser Node.js Anwendung, die Syntax verwenden, die Sie auch aus dem Browser kennen. Machen wir das jetzt mal. Ich erstelle mir hier mein Modul. Und was muss ich machen? Ich muss irgendwie eine zufällige Hello World Phrase generieren. Eine zufällige Hello World Phrase besteht aus immer dem gleichen Präfix, nämlich diesem Hello. Das speichere ich mir vielleicht schon mal als Konstante. Präfix ist gleich Hello. Und dann möchte ich da irgendwie eine zufällig ausgewählte oder ein zufällig ausgewähltes anderes Wort dranhängen. Sowas wie World, Node oder so weiter. Und die Möglichkeiten, die ich dazu habe, die speichere ich mir in einem Array. Das nenne ich Known Phrases vielleicht. und speichere mir da jetzt ein paar Einträge rein. Was könnten wir so kombinieren? Wir könnten zum Beispiel natürlich Hello World sagen. Wir könnten aber auch Hello Node.js sagen. Wir könnten auch Hello Twitch sagen. Wir könnten vielleicht auch Hello Regensburg sagen. Und vielleicht fällt Ihnen ja selber auch nochmal irgendwie was ein. Was wir jetzt machen, ist, wir schreiben eine Funktion, die diesen String mit einem zufälligen Wert aus diesem Array kombiniert, das Ganze zurückgibt und diese Funktion, die wir hier geschrieben haben, geben wir dann auch aus diesem Modul raus, damit wir die an anderer Stelle importieren können. Schreiben wir uns eine Funktion, die nennen wir get oder create random phrase und in dieser Funktion machen wir jetzt genau das, was ich gerade beschrieben habe. Wir kombinieren diesen Präfix mit einem zufälligen Wert aus diesem Array. Wie kriegen wir einen zufälligen Wert aus diesem Array in JavaScript raus? Wir wollen einen dieser Werte auswählen. Wir wissen, wie wir einen Eintrag aus einem Array auswählen würden. Normalerweise, das würde ja so zum Beispiel funktionieren, damit würden wir dieses Node.js auswählen, damit das Twitch und damit das Regensburg. Das heißt, was wir randomisieren müssen, ist dieser Index. Wir müssen irgendwie einen Wert generieren, der zwischen 0, 1, 2 oder 3 liegt, um dann eben auf einen dieser Werte zufällig zugreifen zu können. Wie funktioniert das in JavaScript? Sie können mit dieser Funktion einen pseudo-randomisierten Wert zwischen 0, inklusive und 1, exklusive generieren. Also, wenn Sie maß.random irgendwo aufrufen in Ihrer Anwendung, dann kriegen Sie entweder, dann kriegen Sie irgendeinen Wert zurück zwischen 0 und 1, also 0, 0,1, 0,9, irgendwas, nur immer eben nicht mehr den Wert 1. Also, irgendwas zwischen 0 und kleiner 1,0. Das können wir für einen Index nicht verwenden, also da brauchen wir eine Ganzzahl und wir müssen auch irgendwie den Werteraum noch einschränken. Ich kann diesen zufälligen Wert zwischen 0 und 1, multiplizieren mit der Länge des Arrays. Überlegen Sie sich mal, was dabei rauskommen kann. Wir haben irgendwie, wir haben 0 und der maximale Wert ist 0,999, also 0, Periode 9 und wir haben auf der anderen Seite die Anzahl der Items hier drin. Wenn wir das miteinander multiplizieren, dann ist der maximale Wert, den wir erreichen können, irgendwie 3,9 irgendwas und der minimale Wert ist 0 und das ist ja irgendwie schon in diesem Werteraum von diesen Indizes für dieses Array. Wenn wir jetzt als letztes noch diesen Wert abrunden, dann bekommen wir eine Ganzzahl zurück, die sicher irgendwo in dem Wertebereich von diesem Array liegt. also wir kriegen da jetzt in unserem ganz konkreten Fall 0, 1, 2 oder 3 zurück. Weil wir hier irgendwie einen Wert zwischen 0 und 0,9 rausbekommen, wir multiplizieren den mit in diesem Fall 4, das gibt uns irgendwie einen Wert zwischen 0 und 3,9 raus und mit dem Floor-Befehl runden wir das Ganze zur nächsten Ganzzahl ab und daraus wird dann entweder eben 0, 1, 2 oder 3. Das speichern wir uns in einer Variable und geben als String zurück und ich bin da jetzt mal faul und mache das ganz unschön, ich hänge die Strings mit dem Plus-Operator zusammen, ich greife auf meinen Präfix zurück und hänge da den zufällig oder Pseudo-zufällig ausgewählten Eintrag aus meiner Liste an Suffixen in diesem Fall dran. Gibt das Ganze als Ergebnis von dieser Methode zurück. Dann exportiere ich das Ganze noch, ich exportiere diese CreateRandomPhrase Funktion und das war es auch schon. Damit haben wir dieses Modul abgeschlossen. Wir haben jetzt diese Funktionalität, um einen zufälligen HelloWorld Begriff auszuwählen generiert und können uns den über die Möglichkeiten, die wir bereits kennen, nämlich über die Importfunktion CreateRandomPhrase oder wie haben wir es genannt? Genau, CreateRandomPhrase aus diesem anderen Modul importieren und das passiert genauso wie im Browser, indem wir den Pfad zu der entsprechenden Datei in der Importanweisung angeben. Und dann können wir über diese Funktion einen zufälligen Satz, einen zufälligen HelloWorld Satz generieren. RandomPhrase ist gleich CreateRandomPhrase, der Aufruf der importierten Funktion und können das auf der Konsole ausgeben. Ob das ganz so viel Wert hat und Sinn hat, weiß ich nicht, aber wir können jetzt hier zumindest mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich rufe das Ganze jetzt mal auf und Sie sehen jetzt da unten, wenn ich diese Datei ausführe, wird hier die Methode aufgerufen, ich kriege einen zufälligen Satz zurück und gebe den auf der Konsole aus und das war jetzt hier in diesem Fall zufällig HelloTwitch. Wenn ich das Ganze nochmal ausführe, dann kriege ich einen anderen zufälligen Wert und kann das beliebig oft machen und generiere irgendwie beliebig viele Phrasen. Das hat wenig Sinn, aber Sie haben hier gesehen, dass Sie genauso wie Sie das aus dem Browser kennen, Ihre Node.js Anwendung auf verschiedene Bestandteile aufteilen können und dann über diese Importfunktion auch gezielt Teile des Moduls in Ihre Anwendung reinholen können. Ich zeige Ihnen ganz kurz noch eine Sache, weil wir mit Node.js eine Möglichkeit haben, die wir im Browser überhaupt nicht haben, nämlich wir können auf die Art und Weise zugreifen, wie dieses Programm gestartet wird. Ich kann nämlich in der Kommandozeile an den Aufruf von der Node.js oder der JavaScript Datei beliebig viele weitere Parameter dranhängen. Also ich kann hier zum Beispiel Hello hinschreiben oder eine Zahl oder sowas und ich kann in meinem Programmcode auf diese Werte zugreifen. Also ich kann Informationen darüber herausfinden, was mir vielleicht der Nutzer, die Nutzerin beim Start der Anwendung mitgeteilt hat. Das funktioniert, indem Sie in Ihrem JavaScript Code auf diese Oh Gott, jetzt muss ich selber ganz kurz überlegen, process. 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 auf dieses Array zugreifen, also process. ist ein globales Objekt, was Ihnen zur Verfügung steht, arg. ist ein Array und da stehen die ganzen Inhalte drin, die hier beim Programmaufruf übergeben worden sind. Wir können das ja mal ausprobieren, was da passiert oder was da drin steht, wenn ich das jetzt nochmal ausführe. Da stehen diese Sachen drin. Was verbirgt sich dahinter? Der erste Parameter, das erste Argument ist immer Node selber, also die Binary, die Exe-Datei. Das zweite ist die JavaScript-Datei, die wir ausführen wollen und das dritte ist der nächste Wert, den wir hier als Parameter übergeben. Wenn wir da mehr Sachen reinschreiben, durch Leerzeichen getrennt, dann kriegen wir auch mehr Parameter. Und das könnte man dann zum Beispiel nutzen, dass wir uns vielleicht eine kleine Vorschleife schreiben. For let i gleich 0 i kleiner process. argv von 2, also hier der nullte erste zweite Wert, ein Inkrement von unserer Zähler Zähler Variable ausführen und dann diesen Code hier beliebig oft ausführen und dem Nutzer die Möglichkeit geben, durch ein Parameter zu steuern, wie viele Hello World Phrasen er gerne auf der Konsole sehen würde. Das heißt, wenn ich jetzt hier eins eingebe, kriege ich eine Hello World Phrase raus, wenn ich 13 eingebe, werden mir 13 wunderbare zufällig generierte Hello World Phrasen über dieses tolle Node.js Programm generiert. Dabei belassen wir es jetzt erstmal. Wir haben nächste Woche dann noch gut viel zu tun und uns die anderen Beispiele anzuschauen. Ich überlege mir mal, ob sie, ob ich ihnen irgendwie noch zusätzliche Informationen bereitstellen kann bis dahin. Also ich kann auf jeden Fall nochmal die Beispiele ein bisschen besser kommentieren. Vielleicht nehme ich nochmal in einer ruhigen Minute ein Video auf, wo ich ihnen zumindest dieses große Anwendungsbeispiel dann nochmal ein bisschen erkläre. Ansonsten würde ich aber sagen, sind wir jetzt sehr gut fertig und haben ein bisschen überzogen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in der Übung und wir sehen uns nächste Woche wieder. Falls es noch irgendwie Fragen oder sowas gibt, bin ich dann auch noch ein bisschen im Chat und würde da zur Verfügung stehen. Jetzt aber erstmal danke für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Untertitelung. BR 2018